Ich sah das Feuer. Ich sah Wind und Wasser. Ich bin geboren in der Erde. Ich wachse. Schritt für Schritt auf meinem Weg nach oben. Ich bin Struktur und Vielfalt, Ordnung und Unordnung. Viele Pioniere haben mich erkundet und mit jedem Schritt einen Pfad definiert. Ein Pfad, der ein Wegweiser ist. Ein Wegweiser über 300 Kilometer. Ein Wegweiser, um neue Orte zu erreichen. Natur zu erleben. Rauszugehen und Neues zu sehen. Ich bin beständiger als Zeit. Ich habe Völker kommen und gehen sehen. Jede Spur prägte mich und machte aus mir das, was ich bin. Ich bin der Eifelsteig. Das Werk der Elemente. Erde, Wasser, Luft und Feuer. Also pack deinen Rucksack und starte deine erste Tour. Das weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020